Und heute zeige ich euch, wie ihr die Exodus Wallet auf eurem PC oder Mac installieren könnt. Ich bin jetzt unter Mac online, wie man hier unschwer erkennen kann, aber unter Windows funktioniert das wirklich fast genau gleich. Also müsst ihr euch wirklich gar keine Sorgen machen. Ihr kriegt es auf jeden Fall hin. Um die Exodus Wallet runterzuladen, besucht ihr die Website exodus.io. Ich packe euch den Link unten in die Videobeschreibung, dass ihr auch wirklich auf den richtigen Link geht. Und dann findet ihr hier oben den Download-Button. Und könnt dann dementsprechend euch hier eine Plattform auswählen. Wir müssen auch kurz warten, bis die Texte geladen haben. Hier oben gibt es Windows, 64-Bit. Wenn ihr 32-Bit habt, gibt es wahrscheinlich Probleme. Ich benutze Mac, also alles clean. Ich klicke hier einfach auf Mac. Oder für Linux gibt es das Ganze auch. Ich weiß jetzt nicht, für welche Distribution nennt man das, glaube ich. Ja, bin ich jetzt überfragt. Tut mir leid. Aber das werdet ihr wahrscheinlich auch finden und schaffen, wenn ihr Linux benutzt. Ich würde jetzt an dieser Stelle auf Mac klicken. Ich habe das Ganze aber vorhin schon mal runtergeladen, um ehrlich zu sein. Mal die Downloads auf und mach das mal zu. Wo ist denn jetzt die Downloads? Ich bin jetzt hier gerade unter einem Gastbenutzer angemeldet. So, hier habe ich gerade eben schon runtergeladen. Und da machen wir jetzt einfach mal einen Doppelklick drauf. Also ist wirklich genau das Gleiche, was ihr hier unter exodus.io runterladen könnt. Und jetzt können wir einfach die Exodus Wallet in unsere Applications ziehen. Unter Windows macht ihr da einfach einen Doppelklick drauf und installiert das Ganze. Da ist wahrscheinlich so ein Installer oder Installationsmanager oder so, den ihr runterladen müsst. Also wenn ihr hier einfach draufklickt und dann einfach immer auf weiter, weiter, weiter und dann funktioniert das Ganze normalerweise auch. Ist bei Windows eigentlich das Übliche. Ich habe das jetzt noch nie unter Windows installiert. Müsste aber normalerweise auch so funktionieren. So, wir gehen jetzt mal in die Exodus Wallet rein. Denn ich hatte die natürlich schon. Und da gucken wir uns das Ganze jetzt einfach mal an, wie das Ganze denn so funktioniert beim ersten Start. Wie man hier unten an den Sachen sieht. Normalerweise habe ich nicht so viel Scheiß in meiner Leiste. Ich bin jetzt mit einem Gastbenutzer angemeldet. Einfach nur, weil ich die Exodus Wallet privat benutze und das Ganze jetzt einfach mal an einer neuen Wallet zeigen möchte. Also wenn ihr Exodus zum ersten Mal startet, könnte es auch ganz kurz dauern. Ist aber auch gar nicht schlimm. Jetzt müssen wir einfach mal ganz kurz warten. Und dann müsste die Exodus Wallet auch schon aufgehen. Seht ihr, da geht sie schon auf. Kann ich eventuell ein bisschen größer machen. Es sieht ein bisschen blöd aus. Okay, Leute, ich sehe es schon. Es sieht ein bisschen blöd aus. Machen wir es wieder klein. Und wenn ihr die Exodus Wallet zum ersten Mal startet, müsste das bei euch ungefähr so aussehen. Hier unten ganz verschiedene Währungen. Aber die meisten mit 0%. Ist ja logisch, weil ihr habt natürlich noch keine Coins. Und hier ist im Hintergrund immer so ein Kreis. Der zeigt euch dann an, wie viel Prozent vom Portfolio. Ist einfach so. Wie nennt man das denn? So ein Kuchendiagramm mehr oder weniger. Ist im Endeffekt auch egal. Also so ähnlich müsste das Ganze bei euch aussehen. Ich habe gerade eben schon mal Testaufnahmen gemacht, muss ich gestehen. Deswegen habe ich jetzt hier das Shapeshift-Theme drin. Also sieht jetzt ein bisschen cool aus, finde ich. Aber macht nichts zur Sache. Das aussehende Exodus Wallet könnt ihr hier unten unter Settings und dann Skins einfach umstellen. Ist gar kein Problem. Zum Beispiel hier einfach auf die Sachen klicken, die euch am besten gefallen. Ich finde Shapeshift sieht richtig cool aus. Auf jeden Fall ist es natürlich eine Wallet. Habe ich ja gerade eben schon mal gesagt. Und hier gibt es viele, viele, viele Kryptowährungen. Also nicht nur normale Coins, sondern auch ERC-20-Tokens. Also ihr könnt euch hier gerne mal in der Liste unter Settings und dann Assets gerne mal umschauen, was es hier denn so alles gibt. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, ich habe zum Beispiel den Binance-Coin und möchte den hier in meiner Exodus-Wallet halten. Dann müsst ihr hier natürlich einen Haken setzen. Und dann befindet sich das Ganze hier unter Wallet. Und dann müssten wir gleich mal gucken. Ich habe relativ viele Assets gerade drin. Das ist standardmäßig so. Jetzt sehen wir hier den Binance-Coin und dann wird das Ganze auch direkt refreshed. Deswegen ist es ein bisschen langsam, weil es jetzt am Anfang, wenn die ganzen Währungen hier noch drin sind, erstmal überprüft, ob wir diese Währung auch halten. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr jetzt irgendeine Währung nicht haltet, macht einfach diesen Haken da raus und dann funktioniert das Ganze auch ein bisschen schneller. Also zum Beispiel OX halten wir nicht, das halten wir nicht, das halten wir nicht und so weiter. Da könnt ihr einfach die Haken raus machen. Ich mache das jetzt nicht bei jedem, weil das macht gar keinen Sinn. Ich halte die Wallet ja auch privat und nicht unter diesem Nutzer. Anders als bei Coins gibt es hier noch Ethereum-Assets. Also das heißt, es gibt hier ERC-20-Tokens, wie zum Beispiel Dragon Chain. Kennt man Ethers, kennt man EOS, kannte man, ist mittlerweile Mainnet, also den hier bitte nicht mehr dran schicken, glaube ich. Was ist denn das? Warum ist es jetzt auf einmal weg? Bei der Gelegenheit kann ich euch direkt hier die Localization noch zeigen. Da könnt ihr das Ganze umstellen. Zum Beispiel, wir wollen jetzt Euro einfach eingeben und dann, wenn man nicht so blöd ist drauf zu klicken, dann funktioniert das auch. Dann steht hier an der Seite Euro und wenn ihr hier einmal drauf klickt, findet ihr dann noch Bitcoin. Ich glaube, das mit dem Bitcoin kann man nicht umstellen, aber das mit dem Euro kann man in andere Währungen machen. Hier unten Portfolio. Da kann man eine Sortierung einstellen. Wahrscheinlich hier bei dem Portfolio oder so, keine Ahnung, ist relativ egal, was ihr hier einstellt. Das Wichtigste ist ja das Empfangen und Senden von Coins. Also nochmal ganz kurz als Beispiel. Hier unten findet man viele, viele coole Coins, die man eventuell kennt. Quantstamp kennt man, 10X kennt man, WAX müsste man kennen, Tron und VeChain. Also hier gibt es wirklich einige Sachen, die ihr benutzen könnt und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. So, im Hintergrund seht ihr dann hier immer so ein, ich schätze mal, das ist ein Kuchendiagramm oder so, eben wie so ein Donut. Und dann wird hier in verschiedenen Farben das Ganze angezeigt. Hier unten sieht man schon die Farben, dann weiß man auch, wie viel Prozent man von was hält. Ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Und jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Senden. Ganz einfach, man klickt hier auf Send. Habt ihr eventuell schon bei anderen YouTubern gesehen. Gebt hier eine Adresse ein. Die Anzahl an Coins, die ihr vorgegebenen Währungen, die ihr festgelegt habt. Also wir haben ja vorhin Euro eingestellt, deswegen ist das hier unten ein Euro. Und dann wird das direkt umgerechnet. Ganz einfach, hier unten kann man noch einen QR-Code scannen. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Kamera, das Ding jetzt hier überhaupt eingebaut ist, aber wer über einen Laptop oder so einen QR-Code scannet. Okay, von mir aus, aber muss man nicht. Eine wichtige Sache, die man auf jeden Fall hier in der Exodus Wallet noch hat. Ich zeige euch noch ganz kurz das Empfang von Coins. Relativ einfach. Ihr könnt das Ganze ausdrucken, E-Mailen. Also diese Adresse hier ausdrucken, E-Mailen, auf der Blockchain anzeigen, zum Beispiel anzeigen, wie viele Coins da drauf sind, was aber auch hier in der Wallet geschieht. Und eben diese Adresse kopieren, um sie an irgendjemand anders zu senden. Auch eine wunderschöne Sache. Hier unten befinden sich dann immer die Transaktionen. Und eine nette Sache, die Exodus noch hat, ist eingebautes Shapeshift. Shapeshift ist eine Website, kann ich einmal ganz kurz zeigen im Internet, dass ihr so einen kleinen Vergleich habt. Shapeshift. So, dann wird das Ganze geladen. Ich habe wirklich heute eine extrem langsame Internetverbindung. Ich habe keine Ahnung, warum das so langsam ist. Auf jeden Fall ist Shapeshift eine Plattform, bei dem oder bei dieser Plattform könnt ihr eben eure Assets exchangen, zum Beispiel von Bitcoin in Ether. Relativ leicht und ziemlich schnell. Und das Ganze hat eben Exodus direkt schon eingebaut. Das heißt, wenn wir jetzt Bitcoin halten würden oder irgendeine andere Währung, können wir eben hier in dieser Liste auswählen. Und zu einer bestimmten Währung umsenden möchten, dann geht es direkt. Hier gibt es noch ein paar Knöpfe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Euro habe und hier auf Min drücke, dann ist hier der minimale Betrag. Das sind 67 Dollar, denn Bitcoin hat relativ hohe Transaktionsgebühren. Es kommt aber immer ganz auf die Währung an, die ihr hier einstellt. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel, welche Währung ist, glaube ich, billig? Bitcoin Cash zum Beispiel. Da sind es nur 7 Dollar. Und wenn wir jetzt hier auch noch eine relativ billige Währung eingeben. Ich würde jetzt Doge nehmen, aber wir nehmen, glaube ich, mal Litecoin, weil Dogecoin gibt es leider nicht. Wenn ich hier auf Min drücke, dann ist es mehr geworden. Okay, auf jeden Fall könnt ihr hier Währungen changen. Hier steht immer, wie viel ihr sendet, wie viel ihr bekommt. Das Ganze ist abzüglich Transaktionsgebühren. Oder ihr möchtet eben die Hälfte eurer Coin senden oder direkt alle umtauschen. Klickt ihr einfach hier unten auf den Exchange Button, wenn ihr das Ganze gemacht habt. Und dann funktioniert das auch wirklich relativ schnell. Ihr müsst dann nichts weiter drücken und das kommt dann auch dementsprechend an. Hier bei Shapeshift im Internet funktioniert das Ganze wirklich relativ ähnlich. Ihr klickt einfach auf Continue und müsst dann hier noch so ein paar Sachen eingeben. Eure Adresse, an die ihr schicken möchtet und so weiter. Aber wenn ihr die Exodus Wallet benutzt, dann braucht ihr Shapeshift hier oben im Internet gar nicht. Außer ihr guckt euch mal an, was da so die Gebühren sind auf der Website und auf der Wallet. In der Wallet geht es meistens ein bisschen schneller, kostet aber ein bisschen mehr. Bei Shapeshift kommt es immer ganz drauf an. Also ich benutze meistens lieber die Website, anstatt es hier zu senden. Meistens sende ich auch Assets, die es eben gar nicht hier in der Exodus Wallet gibt. Aber an sich eine schöne Sache. Exodus gehört auf jeden Fall oder ist meine Lieblings-Desktop-Wallet. Ich melde mich jetzt hier gerade aus dem Schnitt nochmal zurück, denn ich habe eine kleine Sache vergessen, die aber ziemlich wichtig ist und die ich unbedingt in diese Episode noch einfließen lassen möchte. Ihr seht bestimmt jetzt gerade hier auf dem Bild, dass es hier unten noch einen Backup-Knopf gibt. Da solltet ihr am besten mal draufdrücken. Dann steht normalerweise, dass man erstmal Assets zur Exodus Wallet senden kann oder senden soll, bevor man ein Backup machen kann. Das Ganze stimmt. Ihr könnt natürlich irgendwas zu eurer Exodus Wallet senden und dann ein Backup machen. Ein Backup besteht aus diesen Passwörtern. Ich weiß nicht genau, wie viele es bei Exodus sind. Das sind entweder 12 oder 24 oder keine Ahnung. Es kommt immer ganz auf die Wallet an, aber im letzten Video von Blockchain habe ich das Ganze schon mal gezeigt, wie das Ganze mit diesen Backup-Phrases, also mit diesen Wörtern, funktioniert. Das Ganze unterstützt Exodus ebenfalls und Exodus unterstützt auch E-Mail-Backups. Das heißt, ihr gebt dort eure E-Mail-Adresse ein und dann wird euch eine E-Mail geschickt mit einem Backup-Link, falls ihr eure Exodus Wallet mal verlieren solltet. Schickt auf jeden Fall oder lasst euch nur eine E-Mail zu einer E-Mail-Adresse schicken, bei der ihr zwei Stufen Authentifizierung anhabt. Zum Beispiel bei Google Mail würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, weil jeder, der Zugriff auf diesen Backup-Link in eurer E-Mail hat, könnte eure Exodus Wallet theoretisch wiederherstellen. Das ist insoweit schlimm, falls da irgendwelche Assets drauf sind, ihr die Exodus Wallet ganz normal benutzt und ihr euren Laptop oder was auch immer nicht verloren habt und jemand anders auf diesen Backup-Link zugreifen kann, bekommt er ebenfalls Zugang zu eurer Wallet und kann dementsprechend eure ganzen Coins senden. Und das ist natürlich nicht schön, deswegen empfehle ich euch entweder zwei Stufen Authentifizierung oder ihr schreibt euch diesen Backup-Link irgendwo auf oder wie auch immer und löscht dann die E-Mail oder so, keine Ahnung, ist mir relativ egal, wie ihr das macht. Ihr solltet aber ebenfalls diese zwölf oder mehr Wörter, die bei Exodus vorgegeben werden als Wiederherstellungspasswort, auf jeden Fall auf ein Stück Papier schreiben, nicht auf dem Computer speichern und dieses Papier irgendwo sicher aufbewahren. So wie es auch schon bei der letzten Folge erklärt wurde. So, Dankeschön. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen dieses Videos. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, gerne unten in die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, würde ich sagen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.